Armin Younes ist ein deutscher Fußballspieler mit libanesischen Wurzeln. Seit Juli 2015 steht er bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Karriere Armin Younes bekam das Fußballspielen von seinem Vater, einem früheren libanesischen Fußballer, in die Wiege gelegt. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Philipp begann Younes bei der SG Unterrad, einem Amateurverein aus dem Düsseldorfer Norden, das Fußballspielen. Noch heute geht er gerne, wenn sich Zeit finden lässt, auf die Anlage der SG Unterrad und schaut Freunden, seinem jüngeren Bruder Karim oder anderen kleinen Talenten beim Fußballspielen zu. Am 1. Juli 2000 wechselten er und sein Bruder Philipp in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach. Hierdurch lief er sämtliche Jugendteams und gehörte auch zum Kader der U17, welche sich 2009 bis ins Halbfinale der B-Jugendmeisterschaft-Endrunde spielte und dort am VfB Stuttgart scheiterte. Für die zweite Mannschaft der Borussia bestritt er am 12. Februar 2011 in der Startelf stehend. Gegen den FC Schalke 04i sein Debüt im Seniorenfußball. Sein erstes Tor in der Regionalliga West erzielte er am 17. September 2011. Am 1. April 2012 absolvierte Younes seinen ersten Einsatz in der 1. Bundesliga, als er im Auswärtsspiel gegen Hannover 96 in der 84. Minute für Toni Janschke eingewechselt wurde. Am 6. Dezember 2012 bestritt er sein Europapokal-Debüt am letzten Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Europa League gegen Fan Erbatsche Istanbul. Sieben Minuten nach seiner Einwechslung leitete er mit einem Dribbling den Treffer zum 3 zu 0 Entstand ein. Am 24. Februar 2013 gab er sein Debüt in der Startelf und erzielte beim 1 zu 1 unentschieden im Heimspiel gegen Borussia Dortmund gleichzeitig auch. Sein erstes Bundesliga-Tor. Es folgten für Younes bis zum Saisonende neun weitere Einsätze in der Bundesliga sowie einer in der UEFA Europa League bei Lazio Rom. In der Saison 2013 14. stand er immer, sofern nicht verletzt, im Kader der Borussia. Insgesamt kam er allerdings nur 14 Mal zum Einsatz immer als Einwechselspieler. Aufgrund des Wunsches nach mehr Spielpraxis ließ die Borussia ihn bis zum Ende der Saison 2014 15. auf Leihbasis ohne Kaufoption in die 2. Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern wechseln. Für den 1. FC Kaiserslautern debütierte Younes am 24. August 2014 beim 2 zu 1 Heimsieg über Eintracht Braunschweig als Einwechselspieler. Nach einem weiteren Kurzeinsatz fiel er mit einer Muskelverletzung für rund einen Monat aus. Nach der Verletzungspause absolvierte er zunächst erneut zwei Spiele als Einwechselspieler und dann am 28. Oktober 2014 beim 2 zu 0 Heimsieg über den Liga-Konkurrenten SPVGG Gräuter führt erstmals für den 1. FC Kaiserslautern in der Startformation zu stehen. Der Einsatz in diesem Spiel war auch gleichzeitig sein erstes Spiel seiner Karriere im DFB-Pokal. Nach einigen ordentlichen Auftritten erhielt Younes bei der 2 zu 0 Auswärtsniederlage am 14. Dezember 2014 beim FC Ingolstadt die erste rote Karte. Seiner Karriere. Nach einer schlechten Wintervorbereitung fiel Younes beim damaligen Trainer Kostaran Jake in Ungnade und kam so in der Rückrunde nur noch zu drei. Weiteren Kurzeinsätzen als Einwechselspieler sowie zu drei Einsätzen bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in der Regionalliga. Südwest. Younes kehrte vertragsgerecht zum 30. Juni 2015 zurück zu Borussia Mönchengladbach. Im Laufe der Vorbereitung auf die Saison 2015-16. verließ Younes die Borussia am 16. Juli 2015 aber endgültig und wechselte in die niederländische Hauptstadt zum Eredivisie-Klub Ajax Amsterdam. Beim niederländischen Klub unterschrieb er einen Dreijahresvertrag. Die ersten Spiele in der Eredivisie sowie die Spiele um die Qualifikation zur UEFA Champions League und den darauf folgenden Playoffs zur UEFA Europa League verpasste er verletzungsbedingt. Über einige Einsätze für Jung Ajax, der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam in der zweitklassigen Jupiler League, kämpfte er sich zurück in die Lizenzmannschaft und avancierte dort sofort zum Stammspieler. Sein Debüt für das Profiteam von Ajax gab Younes am 17. September 2015 in der UEFA Europa League beim 2 zu 2 unentschieden gegen den schottischen Traditionsverein Celtic Lesko. Vor seinem Eredivisie-Debüt am 26. September 2015 beim 2 zu 0 Heimsieg gegen den FC Groningen gab er aber noch im KNVB-Pokal, dem niederländischen Vereinspokal, am 23. September 2015 sein Debüt beim 2 zu 0 Heimsieg über BVD Grafschepp. Younes' erstes Tor für Ajax Amsterdam erzielte er gleich in seinem zweiten Eredivisie-Spiel gegen den R2-NPSV Eindhoven. Armin Younes durchlief alle Jugendmannschaften des Deutschen Fußballbundes, blieb aber in der U15 ohne einen Einsatz. Insgesamt kommt Younes auf 45 Einsätze für Junioren-Nationalmannschaften des DFB. Für die U21 lief Younes alleine 18 Mal auf und erzielte dabei drei Tore. Besonders bei der U21-Fußball-Europameisterschaft 2015 spielte sich Younes in den Vordergrund. Nach zwei durchwachsenen Säsos bei Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Kaiserslautern avancierte Younes unter U21-Trainer Horst Rubisch zur Überraschung vieler zum Stammspieler. Das Vertrauen Rubisch zahlte Younes aber vollends zurück und bestach mit außergewöhnlichen Leistungen. So wurde er im Gruppenspiel gegen die U21-Dänemarks mit lediglich einer Torvorlage zum Spieler des Spiels gewählt. Obwohl etwa Nationalmannschaftskollege Kevin Volland zwei Tore zum 3-0-Sieg beisteuerte. Selbst bei der desaströsen 5-0-Niederlage im Halbfinale gegen die U21-Portugals zeigte er als einziger Deutscher eine sehr gute Leistung. Dank den hervorragenden Leistungen bei diesem Turnier spielte Younes sich in die Notizhefte vieler europäischer Vereine und wechselte so keine drei Wochen später zu Ajax Amsterdam. Gesellschaftliches Engagement Amin Younes engagiert sich für die Jugendkampagne Ichance Besser Lesen, Besser Schreiben des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung und macht darauf aufmerksam, dass mehr als sieben Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben können. Am 19. Oktober 2015 gab zudem sein Heimatverein SG Unterrad bekannt, dass Armin Younes sich für den regionalen sowie internationalen Jugendfußball einsetzt, indem er das internationale Jugendturnier seines früheren Vereinsanostern 2016 mit Top-Teams aus In- und Ausland als Schirmherr vertritt.